Das sind Thomas und sein Nachbar Jens. Die beiden sind zwei clevere Burschen und verstehen sich auch privat sehr gut. Jens erzählt Thomas von seiner missglückten Gehaltserhöhung, denn leider bleibt davon nicht viel übrig. Thomas kann das gar nicht verstehen, denn er hat auch ohne Gehaltserhöhung seit ein paar Monaten mehr Netto übrig als vorher. Thomas nutzt nämlich dank seines Beraters einige der momentan über 20 konkret verfügbaren Möglichkeiten, Lohnnebenkosten zu sparen, die dann zu deutlich mehr Nettogehalt führen. Und ein weiterer Clou dabei ist, dass der Chef von Thomas trotz mehr Nettogehalt nicht tiefer in die Tasche greifen muss. Wie das geht, fragen Sie sich? Ganz einfach, die Lösung heißt Nettolohnoptimierung. Und was das ist, werden wir Ihnen jetzt in den nächsten 90 Sekunden erklären. Das geschah bei Jens. Jens hat seinen Chef nach wochenlangen Verhandlungen endlich davon überzeugt, ihm eine Gehaltserhöhung zu geben. Zähneknirschend hat dieser Jens 100 Euro mehr zugesagt. Jens freute sich riesig über sein Verhandlungsgeschick bis zu seiner ersten Gehaltsabrechnung. Da stellte er dann frustriert fest, dass von den 100 Euro Gehaltserhöhung nach Abzug der Lohnnebenkosten wieder einmal die Hälfte übrig bleibt. Ärgerlich für Jens und für seinen Chef, den die Gehaltserhöhung wegen der Sozialabgaben sogar 120 Euro kostet. Allerdings muss das nicht so sein, wie uns der Fall von Thomas jetzt zeigen wird. Thomas hat seinen Chef mit Hilfe seines Beraters über die Nettolohnoptimierung informiert und gemeinsam haben sie individuelle Möglichkeiten gefunden, wie Thomas mehr netto von Brutto bleibt und das alles ohne zusätzliche Überstunden und sogar noch kostenneutral für seinen Chef. Mit dem Mehr an Netto kann sich Thomas jetzt mehr leisten, bekommt noch eine betriebliche Altersvorsorge so gut wie geschenkt mit dazu und kann dadurch seine spätere Rentenlücke auffüllen. Machen auch Sie durch unsere Nettolohnoptimierung endlich mehr aus Ihrem Gehalt und das ohne Mehrkosten für Ihren Arbeitgeber. Übrigens, die Nettolohnoptimierung lässt sich in allen Gehaltsstufen umsetzen, egal ob Sie geringfügig beschäftigt oder in der undankbaren Steuerklasse 5 untergebracht sind. Auch Sie können in Zukunft jeden Monat ganz einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Sprechen Sie noch heute mit uns und fragen Sie nach Ihren individuellen Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung. Wir ermitteln in einem persönlichen Gespräch die optimale Lösung für Sie. Sprechen Sie noch heute mit uns und fragen Sie nach Ihren individuellen Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung.